Ihr denkt euch vielleicht, in Overwatch einen Kill zu machen ist gar nicht schwer, aber es geht darum, wie wir diesen Kill machen wollen und zwar mit Roadhog in Mystery Heroes. Das ist ein Spielmodus, wo ihr nach jedem Tod einfach einen neuen Chart zugewürfelt bekommt und wir wollen halt dann Roadhog bekommen und damit einen Kill machen. Ich habe mich vom YouTuber ParashockX inspirieren lassen und dachte mir, das könnte vielleicht ganz witzig werden. Also probieren wir es mal aus. Viel Spaß. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in Überraschungshelden rein. Hoffen, dass wir so schnell wie möglich Roadhog bekommen. Keine Ahnung. Und einen Kill machen. Habe jetzt länger nicht mehr gespielt, deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen aus der Übung bin. Ich habe eine neue Maus. Deswegen wird das Aim-In jetzt noch mehr horrible, als es eh schon ist. Und ja, mal gucken, was jetzt gleich passiert. Okay, wir haben ein Game gefunden. Was kriegen wir denn für eine tolle Map? Rialto. Und wir haben Arisa. Hm. Was haben wir denn so für ein Team? Zweimal Doomfist. Zwei Tanks. Kein Heal. No one. Ich kann nicht, ob es klug ist, hier oben zu stöhnen. Wir haben auf jeden Fall viel zu viel... Ja, die Tracer haben aber einen Abgang gemacht, dann schnell. Wir haben viel zu viel DPS und die zu viel Heal. Ich hätte ein Shield placen können. Oh, war das lost. Wir haben Gold, ja. Kriegen wir Bastion. Damit könnten wir ein bisschen was reißen, wenn ich jetzt nicht zu sehr joke. Aber es kann gut sein, dass ich jetzt hier im Moment choken werde. Wir gehen in die gute alte Turretform. Und jetzt sterben wir instant, weil wir gegen zwei fette DPSler stehen. Aber ich vielleicht irgendwo hinstellen soll, wo ich nicht so am Sack wäre. Torbjörn. Ich sag's jetzt nochmal, aber wir können mit dem was reißen. Weiß nicht. Ja, toll. Toll. Was ist das? Wann rollen denn die Gegner so? Ach du Scheiße. Wenn es einen Char gibt, mit dem ich komplett überfordert bin. Das ist entweder Tracer oder ADHS Genji. Das wird gleich ein richtiger Reinfall. Ja, da hat wohl jemand die falsche Tasse gedrückt, um sich nicht zurückzutipen. Ich hab mich natürlich genau in die Richtung tippt, in der er eigentlich... Ich hab dich in meinem Sack. Machen diese Raketen eigentlich Schaden? Oder wie sieht's aus? Lass mich hier weg. Warum sind ja 50 Schilde? What the fuck? Ach, bitte nicht. Nein, ich will doch nur mein Mac. Mein McDonalds. Die haben jetzt einen Bastion aufgefuckt und zwei Schild. Was ist das denn für eine freche Scheiße? Egal, Bastion hat geholt, der kommt raus. Vielleicht haben wir jetzt eine Chance. Oh mein Gott, von wo werde ich eigentlich hergepullt? Wollte ich gar nicht use. Ich wollte eigentlich das hier use. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bist nicht Hamster. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sagen, wir ballern mal Ult. Da wollte ich sie zwar nicht hinballern. Aber ich hab einen ganz guten Job gemacht, glaube ich, mit dem Placement. Nein, nein, hör doch auf. Warum? Ich werde Free Vives. Das ist aber sehr nett vom Spiel. Was werde ich denn, wo zum Geierkamp-Fucking-Reaper, ja? Mercy. Toll. Ja, mit der werde ich jetzt richtig viel reißen können, wenn mein ganzes Team tot ist. Mhm, mhm, ja, 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 cool. Chillig. Ash. Nein, 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 oh Mann. Egal. Nächste Runde wird besser. Okay, wir haben sogar direkt ein nächstes Match. Auf Blizzard war. Reaper. Okay. Irgendwann, ob das was wird. Glaube ich nämlich nicht wirklich. Unser Team. Ach, ein Heal. Fünf. Ah, nee, zwei Heal. Fünf. Äh, vier DPS. Wild. Bring jetzt was ich da hoch. Toll. Wie toll ich mich da hoch TP da. Das ist unfassbar. Okay, Zombra war hier. Wer ist hier? Nein. Moller. Ich habe einen Tracer, was die hell? Scheiße, 1000 Moira-Ults. Hey, der hat einen neuen Roadhog-Skill. Was? No fucking way. Ey, ich habe doch meine Ability geused. Soldier. Sigma, wir haben den Sigma. Oh mein Gott. Ja, da rennen wir jetzt erstmal die Diegen weg. Wir drehen ihn wieder um. Der hat gerade unsere Sombra. Der hat mich ja übelst verwirrt. Junkrat. Oh, heute teste. Einfach reinhalten habe ich gehört. Nein. Okay, nice. Ich dachte nicht, dass er dann nochmal reinläuft. Aber okay. Wurft er denn hin? Nein, Winston. Wo kam der denn jetzt her? Bitte. Bitte revive mich, Mercy. Bitte. Tu was fürs Gute. Ja, nein. Ich liege da Leben. Ja, hallo. Bitte. Komm schon. Frech. Merke ich mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Ich hab Roadhog. Was? Wird es zu weit sein? Wer wird mein Opfer sein? Wahrscheinlich keiner. Oh mein Gott. Nee, bitte. Bitte. Ich möchte doch nur einen Kill. Aber ein. Also ein. Ein. So. Oh mein Gott. Nein. Zu viel Konter. Ich hab irgendwas gehuckt. Hiyaa. Du hast gewonnen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017